Und? Das ist Prinzessin, mein zahmes Opossum. Ah! Versteck den Käse! Tut mir leid, aber ich kann nicht gut mit Tieren zusammenleben. Hey, großer hässlicher Tumorkopfmann. Ich geh runter zum Studentenzentrum. Soll ich dir irgendwas zu trinken mitbringen? Man nennt mich für gewöhnlich den Elefantenmenschen. Du siehst nicht wie ein Elefant aus. Du siehst wie ein großer hässlicher Tumorkopfmann.